Was hab ich denn jetzt? Die sind wieder BOMBEN! Ba 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 da ba da da Ich mag es, die Lore runter so schön schicken. Oh, HP Upgrade. Komm ich da hin? Ja, komm ich da hin. Ja. Puff. Geht das Feuer auch wieder aus? Warte, da fahre ich doch mal eine Flasche. Kann ich mich doch mit übergießen? Dann kann ich hier durchlaufen. Aha. Nein, mein Gold. Was macht da unten dauernd bumm? Und was funkelt da unten rum? Was? Trank der Unsichtbarkeit. Äh, gib mir die Flasche. Gib mir die Flasche. Und was haben wir hier? Äh, was haben wir jetzt bekommen eigentlich? Trank mit Feuer. Ich tippe mal damit keine Sachen anzünden. Und dann ist doch bestimmt Lava hier, oder? Also ich bin jetzt so gesehen unsichtbar, oder wie? Hier, hoppala. 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 Hoppala, ist die Loro. Ja, das hier ist jetzt der Trank der Unsichtbarkeit. Der macht mich wahrscheinlich unsichtbar. Das hier ist der Trank mit Feuer. Damit tippe ich mal, kann ich Feuer spucken. 5.000 Tränke, weiter. Du meinst die hier? Trank mit konzentrierten Mana, Bersergium, das Schäfchen, Schäfchen und unsichtbarkeit. trempert Platium. Okay. Limitation. Beschleunitum. Bersergium und Ambrosia. Die habe ich doch eben gerade schon gesehen. die tränke flasche flasche nein falsche flasche ich habe doch bloß vier inventarplätze so wie kann ich mitnehmen Feuerwerk was passiert wenn ich da jetzt rein stelle so Hier haben wir das nächste Vorratslager an Tränken. Was? Mäh. Was bist du eigentlich? Die habe ich nicht getötet, deswegen habe ich die nicht bekommen. Hm. Neu, Spiel. Ah, guck mal. Hier wird keine Abbauung. Ha! Ah! Weeeee! Was bist du? Kreis des Stillstands. Ah! Wow. Ne, damit kann ich auch wieder nicht abbauen. Und die oberste Schicht. Und... ... 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 Es ist grün, es ist radioaktiv. Okay. Okay, das war der Nullnummer. Ach Gott, Berserkium, Feuerstein, Wurmphäremon, was macht denn das Wurmphäremon? Kann ich damit Würmchen herbeirufen? Oder werde ich damit zum Wurm? Ah, du hast das Gefühl, dass du als Wurmfutter erinnerst, okay. Danke für die Hilfe. Ich glaube, Twitch mag dich, Tucki, dass du sechsmal Werbung bekommst. Was bist du denn da drüben? Ich glaube, es ist ein Wurmphäremon. Wer poltert denn hier so rum? Komm ich da durch? Nö. Da unten poltert doch irgendwas. Ich komme dem Poltern näher. Okay. What the fuck? Lass mich auf den Armat! Das ist gut. ok säure ins wasser was kriegten die franzi verwerbung so 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 so